Musik Tagesenergie, Samstag, 9. Oktober. Es ist Samstag und die Energie fordert Sie auf, die Ernte zu genießen und etwas zu feiern. Das wäre zum Wochenende also geradezu ideal. Alles läuft an sich rasch und spontan, also bitte nicht hudeln, das vermeidet Verletzungen. Sie sollten auch im Verkehr nicht zu forsch unterwegs sein. Das ist auch günstig, weil Sie dann damit Strafen vermeiden. TV 21 Austria Einfach anders.